so kurze unterbrechung weiter geht's. so könntest du da nämlich ranfahren und dann fliegt fließt das ganze. in derzeit habt ihr auch zeit da was zu machen oh man, ich hab's gar nicht meine befehle sind echt die nerven langsam muss da langsam vormarschmer machen unbedingt so jetzt reicht's. speichern speichern ja ihr baut auf zur front auf zur front, feuer frei wir marschieren da jetzt rein wir kommen mammut rückt vor ziele unter beschuss zu nehmen in der waffenfabrik können jetzt jabbernaut-panzer gebaut werden ziel wählen neues bonusziel einheit wird angegriffen stammt nähere mich initialisiere video ablink hörn sie zu sie langweilen mich commander wenn sie es wagen sollten diesen heiligsten aller tempel anzugreifen dann mache ich persönlich jagd auf sie ich erledige sie wie einen räudigen straßenköter los geht's auf zur front tempel von nord geortet ziel wählen einheit befördert mammut-panzer bereit bau unterbrochen abgebrochen feindliche einheiten in sich bau unterbrochen auf zur front dann fahr doch mal da drüber bin unterwegs meine befehle macht sie platt auf zur front nicht die turm sondern die hand von der kurzen planten so überrollt sie bereit unaufhaltsam das kann man noch kaputt machen mammut einsatzbereit ja schnell jetzt das geld einfach nur fließt melde mich zum dienst so den können wir nämlich hier noch verbauen hier noch ein paar bauen jetzt müssen wir da genau die juggernauts ich speichere nochmal weil der rush hat doch geklappt beziehungsweise der vormarsch die juggernauts sind so eine feriengeschütze man braucht dazu aber scharfschützen um genau neue bauoptionen also genau um halt die ziele zu bombardieren aktualisiert und das ist bisschen blöd jetzt haben wir auch mutierte plünderer ja elite infanterie stärken infanterie und flugeinheiten inwiefern die jetzt gegen flugeinheiten gut sind weiß ich nicht keine ahnung der verdugnisiert sich schon nach unten sind mammut panzer natürlich wir jetzt ein strategischer rückzug angebracht ja bereit und die schicken wir mal wieder nach vorne praktischen einheitenaustausch um die kaputten zu reparieren so dann haben wir hier auch wieder ein bisschen tiberium was wir bauen und abbauen können luke geschlossen funktionieren die luftfilter drei könnten noch erntevorgang läuft noch ne könnt nicht gott dann braucht man hier wieder weiter ab feindliche einheiten in sich ok da sind jetzt noch mal wieder welche die meinen stress haben zu wollen aber das sollte eigentlich gleich getan sein weil die stehen schön in einer reihe und man kann die schön überfahren man wohne aufhalsam bereit Perfekt ganze flugabwehrgeschütze alles jetzt machen wir jetzt auch alles platt und ne kristallbombe aber sollte kein problem sein da ach ne gespeich habe ich ja gerade ähm ja wir haben ja unsere ausbildung firehawks hätte ich gerne noch Sammler wird angegriffen Systeme bereit meine Befehle wird angegriffen bereit Sammler fuhren so ich habe auch schon eine kleine macht und zwar hier oben hier oben noch so fleißig ab und zu tiberium völlige überlegenheit ähm ja zerstören wir jetzt einfach mal die silos platt ich glaube die könnte ich auch einfach einnehmen und damit hat sich die sache aber ne wäre zu einfach auf zur front gut völlige überlegenheit Mammut rückt vor jetzt gerne mal so ein bisschen hier mal schauen meine Befehle völlige überlegenheit meine Befehle auf dem Weg du gehst runter je du bist angegriffen war von phänom gleiter schon hier Mammutpanzer bereit so unbesiegbar du dahin meine Befehle Mammutpanzer du dahin du auch dahin du auch dahin so dann werden wir die erstmal reparieren lassen wir haben uns jetzt die Befehle der rücke vor Einheit wird angegriffen das war es mit denen schon wieder auf zur Front der hält noch ein bisschen was aus meine Befehle auf zur Front jetzt dahin wir haben jetzt keine Kohle mehr meine Befehle war ja irgendwie klar ja Sir völlige überlegenheit so meine Befehle jetzt werden wir mal hier in kleineren Formas starten Mammut Einsatzbereit weil die einfach nur nerven schon wieder alle nein du solltest schon da drin laufen ja Sir Mammutpanzer zieh dich mal zurück ihr macht meinen Phänom gleiter kaputt einheit auf zur Front Mammut drück vor ja Sir ja Sir oh das sind die Spezialeinheiten Avatare Kampfroboter aber so wirklich können die auch nicht was nur wenn die mit irgendeinem gerät kombiniert werden aber so besonders prickelnd stark sind die nur nicht Mammutpanzer Mammutpanzer fahr mal hier hoch ja Sir so das haben wir jetzt werden nochmal speichern dann greifen wir von hier vorne an speichern Mammut obwohl die Firehawks Geld können wir uns auch sparen auf zur Front so 15 Mammutpanzer bereit Mammutpanzer bereit Mammutpanzer bereit Mammutpanzer bereit Mammutpanzer Mammutpanzer Ok der ist voll Du kommst auch nochmal runter kannst du auch nochmal die Einzahl einladen er er fällt hoch einheit wird angegrieben Unbesiegbar Kruppe 2 greift einsatzbereit so neuer nummer eins fixen ausgetauscht man läuft wunderbar entdeckt völlige überlegen völlige überlegen ja gut ja den ich viel zu sagen los geht's jetzt noch den fan im gleiter hier ausschalten macht sie platt einheit befördert macht euch mal hier in eingang unsere basis wird angegriffen so auf zur front luke geschlossen mammut einsatzbereit mammut einsatzbereit so völlige überlegenheit völlige überlegen ja zwei ich komme so brauchen wir eins feindliche stützpunkt in sicht feindliche einheiten in sich ja so völlige überlegenheit löscht sie aus aufgabe top nummer zwei macht man hier was mammut panzer bei zwei geht weiter mit die punkten die in den schon bereit unbesiegbar 1 an die damal zusammen los geht's bereich war ich hier durch vor drei fahren das ist auch perfekt ich habe einfach mal an die arbeit unterbrochen bmt auf der unbesiegbar so mammut panzer geben ja ja ihr werdet schon aufgeben höhere mich meine befehle zwei zieht hier schon durch optimal allein hier schon regel kraftwerk geht kaputt macht sie fertig zwei ja jetzt halt so ein kleines und her springen gerade zwischen einheit und handwerken würde auch wieder mal geschichte ja mal die flughafen kaputt völlige überlegenheit ihr seid jetzt mal drei auf dem weh und besiegt haben wir jetzt her springen das soll ich einnehmen freundliche einheiten in sich oh zurück 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 einheit wird angewiesen los geht's mammut panzer bereit zwei zurück greife an mammut panzer mammut panzer bereit ja die haben eh nicht mehr viel zu wo zwei rücke vor trupp zwei kommt her ich komme Weather und winkt als verstärkung ihr spitzet die sache schon hier gerade zu Okay, ich spitze dich doch nicht so doll zu. Ich dachte... Können wir das denn bei den kaputt machen? So, Trupp 2 kommt jetzt auch mal hier durch. 2 kann den kaputt machen. Wobei, jetzt macht mein Skorpion mit Laserkanone kaputt. Ja, wir haben jetzt auch schon, wie man sieht, den Strom in den Arm gelegt. Von denen, was ich äußerst super finde. Ähm, damit müssten... Ne, die Obelisk gehen noch. Das ist natürlich nicht so tickelnd. Ich sollte hier gleich mal aus... äh, aussondern. Auf zur Front. Dass ich nicht so viele habe. Hier sage ich jetzt mal alle eins. Ähm... Mammutpanzer. Völlige Überlegenheit. Mammutpanzer bereit. Weil so viele brauchen wir jetzt nicht mehr. Mammutpanzer. Meine Befehle. Du. Auf zur Front. Du. Unbesiegbar. Der Rest müsste eigentlich noch topfit sein. Auf zur Front. Ihr seid Gruppe 2. Und fahrt... Unaufhaltsam. So. So. Hier haben wir schon hier Tiberium. Das ist super. So. 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 Ähm. Einheit wird angegriffen. Alles bereit. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ne. Also das Aurora-Arketen ist doch gestoppt. Ach klar gestoppt. Ja klar. Die haben ja keinen Strom mehr. So werden wir nochmal speichern. So. Wir haben hier nochmal eine kleine Beteiligung. Das ist super. Er erntet fleißig. Und da kommt noch ein Tiberium Fahrzeug. Keine Ahnung wo der schon hierher kommt. Aber die wissen schon was sie machen.